Was bedeutet für mich die Katholische Biblische Föderation? Erstens, die Föderation lebt in Subregionen. Unsere Subregion Mitteleuropa ist eine breit angelegte Plattform zum Austausch. Und ich bin immer dankbar unserer Kolleginnen und Kollegen, besonders aus Deutschland, Schweiz und Österreich, dass sie bereit sind zu teilen, ihre eigenen Gedanken und Ideen. Und zweitens, die Föderation ermöglicht zu erkennen, wie die Bibel auf der ganzen Welt lesen. Ich habe nach meiner Erfahrung aus den Golfversammlungen erlebt, wie das geschieht. So freue ich mich sehr auf die nächste 10. Golfversammlung im nächsten Jahr.